Grüezi miteinander! Ich bin Johannes Oerding aus Deutschland und ich war heute hier bei der ZERB Music Station in Zürich. Es war ein wirklich tolles Publikum. Es war einfach großartig. Ich sage schöne schöne Grüße und es ist immer wieder eine große Freude hier in der Schweiz Musik zu machen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald!